Hallihallo Hallüchen! Wir spielen wieder LS22. Nach langer Zeit habe ich jetzt wieder Internet und es sollten dann auch wieder einige Videos mehr kommen. Es gab noch ein Grafikkarten-Update. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen ein Problem mit der Grafik habe ich das Gefühl, aber vielleicht täuscht das auch und ich glaube ich bin verkehrt abgebogen, ein zu früh. Ich wollte nämlich zu unserer Wiese hoch und dort eigentlich das Gras mähen und nachher abfahren. So, wir sind mit dem Hüllimann, mit den Neuen unterwegs und dem alten Klaas Mieberg. Ja, mittlerweile auf meinem Kanal 10.000 Abonnementen. Danke euch dafür und ja, da muss jetzt auch mal wieder was kommen und ja, es kommt ja gerade auch was, aber wir wollen natürlich auch wieder mit der DDR-Technik spielen. mit der DDR-Technik spielen, also will ich da schauen, damit ich am Wochenende auch noch was für euch aufnehmen kann. Damit es auf der Röwitz wieder weitergeht. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Das scheint hier noch nicht mein Stück zu sein. So, auf der Erlengrad haben wir natürlich viele, viele, viele Grasflächen und wir wollen ja noch einen neuen Schafstall bauen. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. So, ja, ich kann nichts dafür, fahr doch langsam. So, und es gab noch ein neues Gerät. Ich hoffe, es kommt keiner von vorne hier. Was wir denn auch noch beim Händler abholen wollen. Und dann haben wir wieder an den Ort. Und dann haben wir mal einen Röwitz. Wir wollen jetzt den Röwitz. Und dann haben wir auch noch einmal einen Röwitz. Und das ist so gut. Bis jetzt noch mal den Röwitz. Hier, viele andere, vier, viele. Die, viele Oma. Drehzicht. Und dann haben wir einen Röwitz. Bis wir aber da oben sind, geht das ja ewig und es ist ja noch eine neue Karte rausgekommen von Giants und da könnt ihr eigentlich noch in die Kommentare schreiben, ob wir da drauf mal was machen wollen. Ich habe sie noch gar nicht angeschaut, werde das aber bei Gelegenheit denn machen. So, komme ich überhaupt dahin, wo ich hin will? Das könnte so sein, damit ich nämlich jetzt da bin. Das wäre eigentlich das. Das könnte so sein, wenn ich jetzt da bin. Das könnte so sein, wenn ich jetzt da bin. Das könnte so sein, wenn ich jetzt da bin. Was ich mich frage, wieso liegen da eigentlich noch zwei Ballen? Und genau, das letzte Mal haben wir noch ein bisschen mit dem Göweil-Geräten da rum experimentiert, getestet, besser gesagt, aber das war auf der amerikanischen Karte. So, und die Ballen müssen wir dann natürlich noch runterbekommen, sonst können wir das hier nicht fertig machen. Der Hülimann hat natürlich ein bisschen weniger Leistung wie der Klaas Aktion 850, was wir da vorher hatten, aber der reicht eigentlich natürlich für unsere Arbeiten hier aus. So, die Frage ist natürlich, machen wir jetzt hier die Klaas Aktion 850. nochmal ballen oder fahren wir das direkt zu BGA? Es geht um C-101-3-4-5-4-5-1-4-5-7-8-8-5-8-9-7-8-9-8,419-8-6-9-9,1-9-9,2-0,4-3-0,1-9,5-8,0-9,5-6-0,5-6-0,5-4,5-7,5-7,5-9,6-0.5-102,5-8,5-7,6-7,6-102,5-7,6-9,7,7-7,8-7,7,7-7-8,7,8-8,7-7,7-7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, So, damit da noch was liegen geblieben ist, habe ich gar nicht mehr gewusst. So, damit da noch was liegen geblieben ist, habe ich gar nicht mehr gewusst. So, damit da noch was liegen geblieben ist, habe ich gar nicht mehr gewusst. So, ich glaube wir holen jetzt mal die anderen Geräte noch. Eins steht natürlich beim Händler, das was ich euch gesagt habe, es ist nämlich ein Unimog dazugekommen. Den wir hier auf unseren Hof einsetzen wollen natürlich. So, das ist natürlich. So, das ist natürlich. So, ich bin mir noch nicht sicher welchen Gang ich dann nehmen will. So, das ist natürlich. So, das ist natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann nehmen wir aber doch noch die Presse mit. Oh, dann können wir die nachher verkaufen und dann wird es vielleicht doch noch was mit unserem Schafstall. So, dafür nehmen wir den Case. Der sollte das mit der Presse auch schaffen. Und vielleicht können wir uns da mal eine Werkstatt kaufen hier. Der ist ja schon völlig kaputt. Der ist ja schon völlig kaputt. So, ich würde sagen, wir fahren dann nachher mit dem Unimog vor und dann gucken, wenn wir da oben ankommen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sieht noch nicht so aus Auf jeden Fall zieht der Unimog durch Die anderen Hängen da hinten rum Können wir noch schön sehen, gute Aussicht hier Wie kommt denn das Auto dazwischen Oof Von hier aus Jetzt können wir noch schön da zum Viadukt schauen Okay? Okay? Meine Güte, wer kauft denn hier oben auch eine Wiese? So, wir sperren gerade mal ein bisschen die Straße Okay? 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 So, da haben wir auf jeden Fall die anderen Abgehangen. Ich hoffe bloß von vorne kommt niemand jetzt. Oh, das kann jetzt nicht mal sein. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja, ich würde sagen, somit ist die Sache ins Wasser gefallen. Na toll. Gut, ich kann die Ballen mitnehmen, aber sonst kann ich nicht mehr viel machen bei dem Wetter. Mist. Na ja, eigentlich ist es Regen, aber ja. 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 auch nicht. So, irgendwie ist der Fendt noch unterwegs. Aber ich sag erstmal, wir machen hier mal einen Cut. Und hier, wenn ihr Bock habt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ich versuche da wieder ein paar mehr Videos zu machen. Ich danke euch für die Kommentare, für die vielen Abos und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.